Da ist es gut. Da hat sich die ganze Ansicht schon gedampft. Dann gehen wir rüber drüben. Das Aue ist ja nicht die Gefälle, da geht es ziemlich freudig. Aber über Schwarzenberg. Hallo, das nächste ist das. Ich höre, dass hier noch ein Halbepunkt dazwischen ist. Da können wir auch noch mehr so mit dem Schienenküß gefahren sind. Das haben wir gelesen. Die Steuerung hat er schon noch. Die Steuerung ist noch oben abgelegt. Ja, das ist wirklich klar. Die Steuerung hat er aufgerufen. Die Steuerung hat er schon noch so. Denen St-Fysik-Best springen bis zu. Die Steuerung hat er schon so mit einem Bepunkt. Kaffee 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 Kaffee